Ach, da ist der! Nein. Boah, der war richtig gefailt. Ich mach eh keinen Schaden auf die Entfernung. Der weiß nicht, dass du kommst! Ja! Oh mein Gott, wie geil das aussieht! What the fuck, Alter? Hacker. Ja. Deswegen, äh... Wie war der Name? Wie war der Name? Wie war der Name? Boah, ist das oben auf der... Der ist oben, der ist oben. Hä? Nein. Wie heißt der? 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 Boah, jetzt fliegt er! Jetzt fliegt er! Ja, das ist auch ein Hack! Bleib doch mal locker, Alter! Das ist... ...Pistole! Das ist ein Hack! Echt? Renn weg! Komm doch einfach zu uns, Mann! Ich bin hier mit dem Spieltag hinter dir herrennen! Er kommt! Hör! Mach auf! Das sieht so lustig aus, Mann! Achter, ich komm zu dir! Ich komm zu dir! Renn weg! Ich sag, wenn er kommt! Er ist oben! Er ist ganz oben! Er ist gegen! Ich komm, Junge! Wir machen ihn kaputt! Nein, er kommt nicht! Nein, er weckt mir das Sniper! Wo seid ihr? Hit! Ich hab ihn getroffen! Ich komm hier mit den 2 außerdem… Renn weg! Ich glaube, die macht auf, auf die Er earthen macht die Waffe überhaupt keinen Schaden, Hein? Komm zu mir! Komm zu mir! Er kommt unter! Er kommt zu dir! Er kommt zu dir! Lass ihn helfen gehen Alter, komm, oder? Ja, ist halt es ... Wo ist der? Wo ist der? Lass ihn holen! Es ist eh voll! Der ist eh voll der schlechte Spieler, Mann! Wahrscheinlich zählt da ein Schuss nur bei dem als eh Ding. Wo ist der da? Wo seid ihr nochmal wer? Hamburg. Ich seh ihn nicht mehr. Da hinten, der läuft da hinten in der Wüste lang. Der kommt wieder, der kommt wieder. Ne, wir gehen auf Fastwood oben drauf. Der kommt. Der fliegt, der fliegt. In die Base. Der ist in der Base drinne. Ja, der holt sich vielleicht immer da Munition. Vielleicht holt er da immer Munition, wer weiß. Alter, als Hacker so eine Base? Komm runter Junge! Vielleicht sind seine Freunde oder so. Ist unser Sniper noch da? Kann gucken, wo der ist? Der ist oben auf der Base drauf. Komm, wir holen uns den jetzt. Der ist rausgehüpft, rausgehüpft, rausgehüpft! Was ist denn da oben? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Oben, in der anderen Base! Ich sollte uns mal nicht alle allein lassen, weil er kommt nach hinten in meinen Nacken. Check ich mal, ne? Und... Ja, ich spiel auch. Ich spiel ziemlich weit. Ich spiel super links. Und ist dort vorbei. Ja, lass den holen gehen! Oh, fast! Ich seh euch nicht, Bramir. Wir sind viel zu weit weg. Kuck dir mal! Kuck dir mal! Kuck dir mal! Kuck dir mal! Kuck dir mal!